Hallo Leute, herzlich willkommen zu Anna Nagelnau und Fuck it Terror Force Vom zweiten Teil Ja, Leistung und ich sind ja schon im ersten Part relativ gut vorangekommen Finde ich eigentlich, kann man sich jetzt nicht beschweren Ich meine, wir haben das Tutorial geguckt Wir haben ein paar Bruchlandungen gemacht Und jetzt geht's einfach weiter Hauptsache du explodierst und hier fliegen alle Partikel Ist ja auch so, wenn ich sterbe, ist das so krass So Dann Musst du vor meinem Gesicht sterben Okay, jetzt habe ich einen guten Rutsch Gerade, also jetzt zumindest den Anfang Guten Rutsch Guten Rutsch Ja, ja, ja Und ein Stückchen nach unten Oh nein Wo bist du denn? Du bleibst du immer am Anfang hängen? Ich knall immer gegen irgendeine Decke Und dann war's das Okay Rutsch Oh, das war gerade richtig knapp Habt ihr das gesehen? Ach, du ahnst es ja nicht Nein! Oh, bitte, 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 bitte Komm, der Schwung muss reichen Bitte Hier sind Orks Also Trolle Ich weiß, dass Orks und Trolle nicht dasselbe sind Aber Sieht so aus Als wenn Nein! 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 Ich bin ein Block vorm Ziel gestorben Echt? Ja! Wie kacke ist denn das? Wobei, man muss sagen, dass das nicht Ich find das eigentlich wesentlich leichter Gott Äh, ich find's tatsächlich leichter Als, äh, den Parcours davor Ich hab meine Aufnahme noch mal ganz kurz gestoppt Alles cool Weil ich so viel flüssiger durchkomme Nein, 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 nein Ah, zu wenig Schwung Aber du darfst auch nicht links lang fliegen Bei den Goblins Sondern musst geradeaus fliegen Auch wenn du links ein bisschen mehr Speed bekommst Du bist sonst Äh, du musst nämlich dann einmal um die Kurve fliegen Und bist da viel zu langsam Okay Also, das war jetzt meine Erfahrung Ich bin ein Wie gesagt, ein Ding Vor einem Ich bin da Vor einem Block hängen geblieben Ein bisschen ärgerlich Aber gut Jetzt lass mal mal schauen Das ist wie hier runter Da durch Dann so Okay, da kommen wir Kommen wir gerade durch Kommen wir da gerade durch Oh bitte, oh bitte, oh bitte, oh bitte, oh bitte Ja Sauber Bist du im Ziel? Noch nicht Okay Aber ich bin Gut vorangekommen So Sauber bin drin Nice Ich bin drin, meine Damen und Herren Und ich hoffe, es gefällt euch, dass ihr mal so ein bisschen nebenbei leistig zieht Vielleicht ist es ja ein bisschen anschaulicher Und Ja, jetzt gerade geht es ja halt nicht, weil Ja, du nimmst gerade nicht auf Aber ich meine generell, dass es ein bisschen anschaulicher ist Und dass ihr immer mal wieder seine Sicht seht Und ich warte nur auf dich, Lois Warte immer Zeit So Ja, ich hab den guten Rotsch. Wobei, also wie gesagt, den Endteil finde ich tatsächlich gar nicht so schwer. Den Hentai? Den Endteil. Also das Ende von dem. What? Du bist auf der unartigen Centerliste. Oh Mann, oh. Oh, arm Slice. Wow. 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 Aber wie gesagt, ich finde die Anzüge einfach mega. Weißt du, was cool gewesen wäre? Wenn man bei diesen Anzügen die jeweiligen Visiere noch bunt gemacht hätte. Also für jedes Glas, also da gab es halt diese mehrere bunten Gläser. Dass man da dann das Visier in dieser Farbe macht. Mhm. Das hättest zum Beispiel so ein grünes Visier oder ein rotes Visier oder ein blaues Visier. Das wäre mega cool. Das wäre mega gut. Und ähm. Ja. Das wäre mega. Das wäre mega. Ich trinke derweil noch was. Bis du da an irgendeinem Endteil kommst. Ja, ich bin dabei. Gut, gut. Aber wie gesagt, wenn du richtig gut Schwung hast, dann könntest du theoretisch auch links lang fliegen. Äh, aber... Nein, 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 nein. Was? Ganz knapp. Ganz knapp. Krass. Man sieht einfach nur die Explosion. Finde ich heftig. Finde ich ganz schön heftig, meine Damen und Herren. Und ich find's auch... Ich kann das ja mal nebenbei so ansprechen. Ich find das mega cool, dass ihr gesagt habt. Also es gibt ja, äh, den einen oder anderen Zuschauer, der gesagt hat, hier, ich möchte, dass... Also wir haben uns gefragt, ob wir auf der Gamescom sind. Oh. Und äh, möchten sich auch mit uns auf der Gamescom treffen. Und mal ein paar Fotos zusammen machen. Nice. Ich find das... Ich find das mega cool. Also wirklich, vor... Zwei Jahren... Oder vor... Ne, vor einem Jahr. Vor einem Jahr haben wir vor einem Jahr mit Let's Plays angefangen. Äh, da war das nicht mal irgendwie in unserer denkbarweiten Möglichkeit. Guck mal, überleg's jetzt. Jetzt haben wir einen Merch-Shop. Wir haben, ähm, Leute, die unsere Videos feiern. Ja. Und, äh, ich hab... Ich hab auch einen Zuschauer, er hat mir auf Twitter geschrieben. Ähm, ne Zuschauerin war's. Äh, wenn sie mal einen schlechten Tag hat, dann guckt sie sich die Videos an und kann wieder lachen. Ja, nice. Das find ich mega genial. Da wirklich ohne Witz... Danke für diesen dicken Support. In der letzten Zeit. Das find ich so mega. Oh, ist das schön. Gut, wir waren zwar... Wir waren zwar auf YouTube weniger aktiv, dafür eher auf Twitch. Ähm, aber das werden wir jetzt ändern. Also, wir werden auf beiden aktiv sein. Also, Leis und ich haben jetzt genug Zeit. Wenn du's so willst. Und, ähm, ja. Wir sind halt auch immer für euch da. So, Leis, wo bist du denn? Das lag bei mir tierisch, find ich gerade. Bei mir lag das kein bisschen. Ich weiß nicht, was du hast. Aber du kannst ja mal... Guck da einfach, ob du dein Video-Settings-Montor setzen kannst. Na, ich nehm' ja gerade gar nicht auf. Achso, Minecraft. Ja. Äh, ja, könnte ich machen. Aber jetzt gerade flieg' ich noch. Tja. Tja. Taddeus. Tja. Tja... Aber die Lechs sind echt geil. Tja. 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 Tja... Ja. Tja. Tja. Tja... Tja. Das finde ich viel besser. Weil du am Ende bei diesem letzten Troll nochmal richtig Schwung holen kannst. Na, wo bist du? Also einfach über dieses Feuer drüber, ne? Ja, genau. Na, wo bist du? Ich komme. Wie bist du das Tor schon? Na, bin ich. Sauber. Und? Das sah gerade so aus, als ob du hängen geblieben wärst. Ja, wie gesagt, es laggt. Ja, aber bei mir lagts kein bisschen, ich versteh's nicht. Also es laggt bei mir wirklich nicht. Okay. So, einmal wieder rein. Gut, gut. Komme. So. Wow. Betabase. Was? Ich find das mega, ich find diese Animation so bombe. Ich find die so bombe. Kannst du mir die zwei machen. Ich find die so ab nochmal genial. So, ich schraub nochmal kurz die... Und das ist jetzt der letzte Tunnel, ne? Perfect. Also ich glaub das ist der letzte Tunnel. Was ich total genial finde... Oh Gott. Was noch mega cool gewesen wäre, weil man jetzt hier bei diesen einzelnen Baustellen irgendwie noch Villager oder so eingebaut hätte. Ja, das wär nice. Das wär vielleicht auch nochmal ganz cool. Aber... Ich will nicht dran rumhalten, weil die Map einfach mega geil ist. Das war... Das ist dann wirklich so das Detail, wo man drauf achtet, weil einfach schon alles perfekt ist. Ist das... Das hier ist der Bohrer, ne? Wo bin ich grad blöd? Das ist doch der Bohrer. Ne, ist mehrere Bohrer, okay. Oh Gott, was ist das denn, Alter? Da sind wir jetzt hier auf dem Schleim gelandet. Ach du ahnst es nicht. So, ich bin on the way. Ja, ich versuch's auch gerade. Oh nein. Slam hat mich betroffen. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Houston! Nein! Frontalhunterst... Ah, schau mal, da sind diese Ringe. Ja. Nein, nein, lass. Nein. Nein. Das ist... Nein, kommst du da. Verdammt. Eisbären-Fan ist das, großartig. Eisbären-Fan. Ich find Eisbären total geil. Nicht nur wegen Wohlibeer, ich find Eisbären generell voll cool. Leider wegen den Eisbären eher, ne? Hauptsache ich hab's einfach im Hintergrund hängen. So. Wie schaffen wir das heute nicht mehr, ne? Wir hängen da einfach schon 40 Minuten dran. Also ich bin gerade schon wieder in dem... Verdammt, ich seh nix, ich seh nix. Das ist... In dem... Maul von dem Skelett hängen geblieben. Also... Das Skelett ist irgendwie das Ende vom End. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ja, das Ende. Ich hoffe das hier aber jetzt nicht mehr durch den Slime, ne? Also ich würde nicht sagen, dass ich Kacke bin. Einmal Kacke. Ich bin richtig Kacke. Kacke sind eine Waffe. Genau. HHHHH. Oh, nein! Ich bin im Nether-Portal angeblieben. Aua! So, jetzt müssen wir's nochmal ganz kurz versuchen. So! Wir sind auf der Rollspur, wir geben hier richtig Gas. Und jetzt links um die Korbe. Ich bin halt unter dir. Super gemeistert und jetzt durch den ersten Ring, durch den zweiten Ring. Oh Gott, das leckt! Was soll das denn? Hä? Meine, äh, links war einfach weg. Aua! Verdammt, ey. Irgendwie wird das ja nichts, ne? Oh Gott, Alter. 42 Minuten schon. Oh. Komm, das kriegen wir hin. Nein, nach 42 Minuten sollten wir das mal schaffen. Ich hoffe, ich krieg den Part auf 15 Minuten gestreckt, das wär aber mega. So. Nein, 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 ich hängbleiben. Hängbleiben. Den ersten Teil hab ich easy geschafft. Nein! Oh komm. Sehr geil. Ich bin wieder am End. Ich bin am Ende. Perfekter Speed. Durch. Ich bin im Nether hängbleiben. Durch das Loch. Nein! Nein! Am Ende? Ich bin in der Ecke hänggeblieben. Vom Portal. Ja. Von der Base. Ja. Oh Mann. Ich glaub noch deprimierender geht nicht. Ich glaub noch deprimierender geht nicht. Ja. Gerade. Rechts am Bohrer vorbei. Oben über die Partikel. Durch die Ringe. Nein! Durch die Ringe. Ich sehe Lennart explodieren. Mehr pläht nicht. Ich bleib hängen. Mein bestes... Überhaupt ey. Bestes Kommentar. Ja. Ich muss jetzt mal real talken. Leis weigert sich ein eigenes Format zu machen. Hehe. Ihr müsst mal bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Format von ihm sehen wollt, wo er allein was macht. Ähm. Das wär... Mega. Tut es. Und dann mit Wunsch-Game immer am besten dahinter. Ja genau. Mit Wunsch-Game am besten. Wenn's ein Game sein soll. Aber Leis macht nicht mit Facecam. Hab ich gar nicht. Horror. Siehste. Also keine Horrorspiele mit Facecam. Das könnt ihr mir dann gut schreiben. Außerdem läuft Outlast gerade noch. Das würde ich dann... Mit Horror-Game mit mir macht das gar keinen Spaß. Ja, du bist da so abgehärtet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn's weitergeht. Und...